Sein Rekord als Profi, 44 Kämpfe, 42 Siege, davon 32 durch K.O. Er hat bisher nur zweimal verloren und beides, meine Damen und Herren, waren WM-Kämpfe. Einmal gegen Michael Moorer und einmal gegen Wanderer Holyfield. Und in beiden WM-Kämpfen ist er über die Runden gegangen. Aus den USA, der Herausforderer Juan Bean. In seiner Ecke seien China, John Bitcoin, Jeff Ruff und Jairo Godantica. Die Rote Ecke, 30 Jahre alt, 2 Meter, 2 groß, 111,0 Kilogramm schwer und Profi seit November 1996. Sein Rekorder als Profi, 31 Kämpfe, 30 Siege, davon 29 durch K.O. Er ist die Nummer 3 der EBO-Wertrengliste, die Nummer 2 der WBO- und WBT-Wertrengliste und die Nummer 3 der WBA-Wertrengliste. Aus Hamburg, aus dem Bockstall Universum Bockmotion, der Titelverteidiger, der Mann mit der Eisenhaus, Dr. Vitali Klitschko. In seiner Ecke der Volksstrainer, Nummer 1, Fritz Kuneck. Der Weltmeister, Dr. Wladimir Klitschko. Michael, Tim, Volker Grill und Thomas Montes. Winklig dieses Kampfes, Terrio-Kornas, Großbritannien. Aufsicht WBA, die Überweiser, Manuel, Kanada, Spanien. Punktrichter, Jose Martinez, Spanien, Henk Meier, Niederlande, Arthur Ellenson und Henk Meier. Diese drei werben also den Kampf werben. Und dann schauen wir nochmal auf die Gegenüberstellung. Alter, dürfte nicht viel ausmachen. Die Größe ist natürlich entscheidend. Über 20 cm, das schlägt sich natürlich auch in der Reichweite nieder. Und das leichteste Gewicht von Dr. Vitali Klitschko in letzter Zeit. Steer down, die Gegenüberstellung. Ja, wenn diese wangen Knochen malen bei Vitali Klitschko, dann verheißt das selten etwas Gutes für den Gegner. Ron Dean, also 28 Jahre alt, ein guter Sport. Und Vitali Klitschko hätte, er steht ja so hoch an den Bekannisten. Er hätte dieses Risiko nicht unbedingt in München gegen diese Staten Amerika. Also, 12 Runden per WBA International Titel. Ich werde den Weg nicht sein. Ich werde den Weg nicht sein. Ich werde den Weg nicht sein. Ich werde ihn wirklich nur selbst treffen. Und ich werde ihn mit meinen Überstellen überraschen. Das war gewonnen, Bienen. Ich werde ihn mit meinen Überernstattungen herstellen. Ich werde ihn mit meinen Überlegungen überlassen. Im 11. Jahr alt kommen. schon mal dran war am Anfang für Vitali Klitsch, wo er darf vorwärts gehen wollen wie ihn, schaut sich das erstmal aus dem Rückwärtsgang an jetzt kommt es schon mal wieder auf den Weg. Kommt! 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 Sie können auch ein bisschen zum Körper gehen und zusätzliche Motivation für beide, dieser Kampf ist dann auch gefahrenlich zu starten Übertragen. die 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 ige wir wie die auf Sie auf die �� Nach das in dieser Szene gut, Peter Niditschko, wenn der Kopf so tief unten hängt von Ron Wien, dann wieder zum Klopper. Und wenn ich nicht hinterher gehen, dann wird auch im Vorwettgang Ron Wien die Wege zustellen und den Weg abschneiden. Und wenn ich dann nicht den Haken als Sponsor von Ron Wien, dann ein bisschen einen Glücksschlag. In der Aktion, dass Peter Niditschko vielleicht die Wege zu in dem Moment gerade unten hat. Bravo, der Hauptstadt! Bravo, Amsterdam! Danach wartet auf die Aktion von Peter Niditschko. Wenn die vorbei greifen, wird es auch selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Geht! Das ist ja nicht so gut. Spokojene, Spokojene, Italien. Halt dich! Halt dich! Halt dich! Halt dich! Ja, das ist normal auf der rechten getrocknen Versuch dann zu halten. Und wieder ein bisschen verringen. Wie gesagt, Swannlin muss dieses Rät jetzt probieren, muss versuchen die Konzentration zu stören. Das ist das, was er damit versucht zu schaffen. Und sicherlich muss beweisen, dass er sich so etwas nicht aus dem Konzept bringen lässt. Wieder diese Ringe-Einlagen. 10,7 Kilo volltreppen. Kann das weh tun. Gutes! 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 Spring nach vorne! Die Ecke von Von Wien wird lauter. Man merkt so langsam, muss man was machen, mehr machen, vielleicht was ganz anderes machen. Ja, da war mal die Linke drin, jetzt steht er zu nah dran. Gute Aufwärtshaken, gut abgefangen. Oh, mit dem Kopf voran. Gute Aufwärtshaken, gut abgefangen. Witter Wiel hält nur und Wiel schlägt weiter. Das nennt man dann die amerikanische Schule. Ja, 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 ja. Gut gemacht, aber die Rechte flog vorbei. Die Rechte mit Wut, nochmal. Aber dass es dann klein macht, dann wischt die Rechte von Hitchko nur drüber. Und jetzt war sie drin. Aber vorsichtig nach vorne gehen. Kontrollierte Offensive. Gute Runde. Gute Runde. Es wird offener. Volltreffer ist mitgenommen. Er wackelte kurz. mit St aires. Das war nicht so weit. Die Rechte ist dann außerhalb der Weg. Wenn er sich da klein macht. Von Wien, bessere Kette in dieser Runde, Wieter, Franzitschko wieder, die Link-Rechts-Kombination. Und ihr sagt, ich soll weiter nach vorne gehen. Aber wenn ihr gewinnen wollt, bleibt ihr nicht viel anderes übrig. Er bleibt gefährlich. Und auch Vitali Christo kennt natürlich diese Boxer-Weichheit. Angeschlagene Boxer werden gefährlich gehen. Und ihr sagt, ich soll weiter nach vorne gehen. Er bleibt stehen, er verteilt der Einladung und da schaut auch Trio Conner schon mal, dass nicht die Schwingen eingezählt werden. Hier der Blick vom Ringsystem, das hat Leicester von Wien, weil da die Schläge einprasseln. Ein bisschen Verzweiflung, ein bisschen Hoffnung. Was hat er noch drin, Vaughan Bean? Die Schläge, die vorbeirauschen, die kosten natürlich richtig krass. Die Lüge kommt schnell, die rechte kommt hart. In dieser Verbindung kann man so was machen, ein Kampf zu enden. Er war nur einmal am Boden, er hat noch nie vorzeitig verloren, Vaughan Bean. Will er sich auch nicht beschreien, aber in den Kämpfen kriegen. Das ist eigentlich eher die Taktik, irgendwie über die volle Gestalt zu kommen, diesen Nimbus zu behalten. Die Lüge Ingenieurs, in der Hölle Stuttgart von Wien und der Hölle Stuttgart von Wien und der Hölle Stuttgart. Oh! Schöne Moinchen! Dann Hände hoch! Oh! Schöne Moinchen! Jaaaah! 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 Und jetzt direkt die Viteri! Gut! Zurück! Jaaaah! Jetzt die Viteri! Die werden beins gehen! Jaaah! Das wird Vitali im Stor jetzt noch probieren. Er weiß ja nicht auf dem Punkt, wie soll, Da kann nichts mehr passieren. Wieder den Karo, geht er das Risiko. Oder sagt er sich nicht mehr, über die vorige Distanz zu gehen. Mal wieder. Ja, auch so ist ein bisschen der Fall. Kann ja auch nicht schaden, im Hinblick auf die großen Aufgaben, die da kommen. Das Gefühl, wir sind gegen den Karo-Zuschlag, das hatte er 29 Mal. Das Gefühl, über die Distanz zu gehen, nur einmal. Ja! 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 Arnie! Stehen, Schläge nehmen, keine sehr gesunde Elf. Wenn er aufpasst, wenn er konzentriert bleibt, kann nichts mehr passieren. Ja, super! Ja, wunderbar! Ja, wunderbar! Ja! 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 Er bräuchte einen Löwenherz. Jetzt ist er, dass er alle vereinten, dass er lösen ist. Er verteilt gut. Ungewollte Schmack hier mit dem Teil von Harry O'Connor, die trägt jetzt vor. Gute Entscheidung! Harry O'Connor sagt, das reicht jetzt. Er gewinnt jede Runde. Und er wird hart getroffen worden, wie ihm immer wieder diese harten, harten Schläge an den Kopf. Ja, er ist absolut unzufrieden worden, die sagt, ich hätte noch weiter machen können, aber er weiß, was man da am Ende vielleicht für einen reich zahlen muss. Das Auge mitgenommen wird nicht schlimm. Also deswegen muss man nicht erbrechen, aber diese harten Treffer an den Schädeln. Das waren zu viele. Zu viele gute Linke, zu viele harte Rechte. Er darf nicht irgendwie hin anzählen, wie gesagt. Und deshalb kann man diese Entscheidung mehr als nur vertreten. Auch wenn er das Publikum natürlich immer hofft, es bekommt einen richtigen K.O. serviert. Er war ein geschlagener Mann seit einigen Runden. Er hat die Schädel und Treffer alle geschuckt, ohne die Nötigkeit gegenwärts zu zeigen. Und deshalb ist das völlig richtig und absolut regelkonform, bevor es da irgendwelche Diskussionen gibt. Und Gary O'Connor geht dazwischen. Er hat eingangs erwähnt, ein guter Ringrichter, der viel durchgehen ließ und versuchte da den K.O. und der auch hier dann am Ende gezeigt hat. Und hier, meine Damen und Herren, das macht eine zufriedene Frau Klitschko. Das kann sie sein, aber die Stellung erteilen. Und da ist der Sieger durch technischen K.O. Der 11. Runde nach 1 Minute und 50 Sekunden. Und damit also neuer WBA International Champion aus Hamburg, dem Boxstall-Universum, Dr. Vitali Klitschko. Da kann man einen kleinen Zul spielen, der 30 K.O. für Dr. Vitali Klitschko. Und es gibt ja eine neue Anweisung auch bei den Velauntalenten, die da heißt, wenn Runden so deutlich...